Grünen-Chefin will sich kompostieren lassen. Es wäre schön, wenn aus mir Wildobst oder Flieder entstehen würde. Mölln, Schleswig-Holstein, Klimaschutz bis in den Tod. Hamburgs Grünen-Chefin Jenny Jasberg, 38, will sich kompostieren lassen. Eine tolle Idee, die ich mir auch für mich später vorstellen kann. Klingt komisch, ist aber so, mit der Rädigung des Berliner Start-Ups wird man zum Humus Sapiens. Eine neue Bestattungsvariante, die im Februar Europa-Premiere in Mölln feierte. Nach der Trauerfeier wird der Leichnam in einen Coco gebettet, der mit Grünschnitt, Stroh und Blumen ausgelegt ist. Innerhalb von 40 Tagen wird er im Turbocomposter, im durchschnittlichen Sarg dauert das je nach Bodenbeschaffenheit 10 bis 25 Jahre, durch Mikroorganismen und eine spezielle Technik komplett zu Humus. Pablo Metz, 41, einer der beiden Gründer, erklärt, diese fruchtbare Erde wird dann in 30 Zentimetern Tiefe auf einem Friedhof eingebracht. Die Fläche kann beispielsweise zur Pflanzung von Bäumen genutzt werden. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende zu BILD, in Deutschland finden rund 80 Prozent der Beerdigungen durch energieintensive Feuerbestattung mit Erdgas statt. Die Rädigung ist eine pietätvolle, ökologisch klimaschonende, aber auch kostengünstigere Form der Bestattung. Denn sie kostet, nur, 2100 Euro, soll im Vergleich zu einer Feuerbestattung eine Tonne CO2 einsparen. Noch ist Rädigung nur in Schleswig-Holstein möglich. Doch Jasberg will das Projekt auch in Hamburg ermöglichen. Es gibt bereits Interesse der Hamburger Friedhöfe. Der nächste Schritt ist also die Prüfung unseres Bestattungsrechts. Frau Jasberg, wo sehen Sie sich in 100 Jahren? Es wäre schön, wenn dann aus mir Wildobst oder Flieder entstehen würde. Der Wähler ist bekloppt. Der Wähler in diesem Land ist bekloppt. Die wählen ihre eigenen Totengräber. Sind die alle nicht ganz dicht? Ich wähle doch nicht die grüne Scheiße. Die grüne Scheiße.